Ich begrüße euch und hoffe euch geht es genauso gut wie es mir jetzt gut geht denn einige späße habe ich vor und ihr merkt schon dass da so ein spaßbarometer anfängt zu arbeiten mal schauen wie er arbeitet hallöchen ich hoffe euch geht es gut es ist mai und ich hoffe ihr seid gut in den mai gestartet ihr seid hier total herzlich willkommen bei avia movie foto und film produktion und ich biete ab mai viele viele sachen an wie zum beispiel baut me videos ich bin avia movie ich mache foto und film sequenzen und ich mache natürlich noch viel mehr sachen wenn ich jetzt nicht auto range wäre ich muss meinem computer mal sagen dass er woanders hin fährt damit er auch das macht was ich ihm sage ihr merkt schon die produktion werden anders die produktion werden lukrativer es wird spaß machen damit zu arbeiten denn mit computern kann man arbeiten mit droiden kann man arbeiten das ist wie gesagt kein cp3o das ist kein bba das ist auch kein 7o sondern mein kleiner droide der ab sofort für mich arbeiten wird ihr seht da oben frau shant der da war danni mendes war da diverse andere waren da aber die videoclips kennt ihr ja schon diese videoclips könnt ihr noch nicht kennen weil die ganz ganz neu sind so käy so käy